Hallo und willkommen zurück hier zu einem neuen Teil von Resident Evil 3. Jetzt hätte ich beinahe schon zwei gesagt, aber wir sind ja im Dreier. Liebe Freunde des ekeligen Horrors, ja, wir haben es hier mit tausenden von Zombies zu tun oder Infizierten oder was auch immer. In der letzten Folge haben wir einiges geschafft. Ich habe einen Bolzenschneider gefunden und wir haben hier irgendeinen von der Umbrella Corporation getroffen, der uns nicht freundlich gesinnt war. Ich werfe jetzt mal kurz einen Blick auf die Karte, wo ich eigentlich bin. Wahrscheinlich muss ich hier weiter, aber ich glaube, ich gehe erst nochmal hier zurück und speichere jetzt noch kurz mal zwischen. Das ist wahrscheinlich feige, aber... Ein bisschen heilen könnte ja auch nicht schaden, aber ich habe... Mittlere Menge Gesundheit. Ich habe halt nur eins. Ich bräuchte ein bisschen mehr Kraut. Deswegen hebe ich mir das lieber auf. Noch geht's ja. Ich suche mal ein bisschen hier so die Gegend ab. Bei dem Typen war ich schon. Das wollte ich mir auch noch anschauen hier. Notiz eines Elektrikers. Generatoren für die freie Nutzung bereitgestellt von der Raccoon City Elektriker-Gilde. Aufgrund der andauernden Stromausfehler hat sich die Gilde entschieden, Stromerzeugungsaggregate an verschiedenen Stellen in der Stadt bereitzustellen. Jedem steht es frei, sie zu nutzen. Beachten Sie allerdings, dass die Generatoren mit hoher Spannung arbeiten. Wenn diese Geräte stößen oder gar Schüssen ausgesetzt werden, können umstehende Personen einen Elektroschock versetzt bekommen. Das haben wir ja schon ausprobiert. Und genau, alles kapiert. Wenn ihr einen Generator seht, der Funken sprüht, kommt ihm nicht näher. Macht keine Dummheiten. Sicherheit geht vor und so weiter und so fort. Genau, das haben wir ja. Und? Na? Ach, Mensch. Wieso kann ich den jetzt nicht erschießen hier, diesen blöd Hund? Ach, ich hasse Hunde in jeglichen Spielen. Wo ist er? Wo ist der Hund jetzt hin? Wacht, da hin. Die sitzen hoffentlich da drin. Die kommen hier nicht raus, oder doch, oder wie, oder was? Nicht zu lange gucken. Einfach mal weiter. Hier geht's wahrscheinlich rein. Aber jetzt gucken wir hier erst mal. Ich bin zu freizügig mit Munition. Ich sollte das wahrscheinlich mit dem Messer aufmachen, diese Kisten. Hatte ich nicht hier irgendwie eine Taschenlampe? Hm, dachte ich. Oh mein Gott, Leute. Meine Schießkünste lassen wieder sehr zu wünschen übrig. Oh, schon wieder so ein Schloss. Also, wenn ihr Tipps habt, wie man die Schlösser... Äh... Huch. Hat sich irgendwie was bewegt. Äh, ich krieg schon hier... Wie man die Schlösser... Äh... ...aufkriegt hier. Vielleicht muss man wirklich auf die Triche warten. Oh, bis dahin habe ich ja... ...schon vergessen, äh... ...welche Schlösser ich noch nicht geöffnet hatte. Steht der wieder auf. Klar, aber sonst ist ja nicht... Kann man die nicht anzünden, dass die nicht mehr aufstehen? Oder irgendwie war es hier... ...by the evil within... ...rotes Kraut. Sturmgewehr-Munition. Arsenal ist voll. Mist. Hm. Ah, es ist... So. Und dann können wir diese... ...Munition mitnehmen. Gut. Ich sehe schon, ich muss irgendwas dann... Ah, ich kann wieder was ablegen. Gut. Ähm, dann legen wir wieder rotes Kraut ab. Oder mit was kann ich denn das kombinieren? Ausnehmen. Kann ich das mit irgendwas kombinieren? Ich habe das wieder vergessen. Nee, mit nix. Okay. Dann verstauen wir das. Ah, eine Gürteltasche. Nice. Bisschen mehr Platz im Inventar. So, was habe ich hier? Ein Fax. An alle Mitarbeiter. Sobald die Situation unter Kontrolle gebracht wurde, reaktivieren Sie bitte so schnell wie möglich die vier Trennschalter. Sobald dies erledigt ist, schalten Sie den Hauptschalter in der Schaltzentrale ein. Trennschalter und Hauptschalter. Sieht mir nach einem Rätsel aus hier. Aber das kann ich offensichtlich noch nicht lösen. Oder was muss ich hier? Sobald ich noch mal nachgucken. Nee, aber weiter war jetzt da nichts. Also ich nehme an, hier muss ich irgendwas einschalten und dann muss ich den Hauptschalter... Ich speichere mal. Ich speichere. Oh, das sieht ja widerlich aus. Glibber. Ah, grünes Kraut. Grüne Kräuter, wie sie wirken. Äh. Irgendwie die Maten, ich habe gewirkt. Blöde. Grünes Kraut. So. Können wir, glaube ich, mal eins essen, oder? Gut. Und hier brauchen wir wieder. Ein Dietrich. Irn-Tennis-Unterwerk-Memo. Der Schlitz zum Ursprungsabschluss ist verloren gegangen und wir werden in der nächsten Woche keine Satze bekommen. In der Zwischenzeit wird ein Dietrich für den leitenden Mitarbeiter im Dienst bereitgestellt. Wir besitzen nur ein Exemplar davon, dass wir ihn nicht verlieren dürfen. Ist in einer Schatulle. So. Die hat der hier und... Der steht doch jetzt sicher auf. Boah. Total aufgedonsen. Ja. Boah. I... Ach. Ikelig. Oh mein Gott. Ja. Boah. Miederlich. So, jetzt schauen wir uns die Schatulle mal an. Äh. Dietrich. Spezialwerkzeug. Mit dem ich einfach Schlösser öffnen kann. Ist der dann verbraucht, oder... Hab ich den dann... Hab ich den immer noch? Ja. Achso. Der verbraucht sich dann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Uah. Mädel. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Was war denn bitte das? Ich muss alles raus. Ah. Oh mein Gott. Muss ich... Keine... Boah. Parasit. Boah. Ist ja ekelig. Boah. Achso. Ich bin ja zu nahe dran. Ah. Mist. 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 Aber ich hab hoffentlich nicht das Viech auch erwischt offensichtlich. Oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Wo muss ich denn hin? Das hier sieht nach Schaltkasten aus. Ah ne. Hier. Kann ich auch rein. Hier geht's nach oben. Ich geh einfach mal nach oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. an der Position. Danke schön. Hier geht's wieder nach unten. Ich hab völlig den Überblick verloren. Äh. Wo ich... Nein. 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 Ich will nicht nach oben. Wo ich eigentlich hin muss. Äh. Ich hör sie überall krabbeln. Boah. Ist das eklig. Ich geh mal zu so nem Schaltkasten hier. Na komm. Ich schaff das. Wie viel hab ich? Vier Stück muss ich umlegen? Oder was war das? Schaff ich ja nie. Nein komm. So. Oh. Wo ist hier noch so ein Kasten? Da hinten. Ja. Ooh. Oh. Ah. Gut. Oh. Oh nein. Oh nein. Ach. Oh, was ist das? Also das ist ja widerlich, Leute. Äh, mir fehlt jetzt hier noch ein Ding. Oh, nein. Oh, shit. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt muss ich da noch eins essen, das... Oh. Jetzt wird's knapp hier und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich erst mal draußen. Oh, ein grünes Kraut. Dankeschön. So. Aber mir fehlt ja immer noch der vierte Generator. Sehe ich den auf der Karte? Ne. Nur, dass es sich hier um ein Labyrinth handelt. Okay, dann muss ich da wohl wieder rein. Und mich möglichst nicht erwischen lassen. Oh. Und zu lange stehen bleiben, ist auch keine gute Idee. Hier ist der Schaltkasten. Ah, und wie komm ich da hin? Ah. Wie komm ich da hin? Geh weg. Hier so. Äh, und da kommt schon wieder dieses nächste Viech. So. Raus, raus, raus. Besonders schnell rennt die ja auch nicht. Oh mein Gott. So, und jetzt? Und jetzt? Nur noch. Der Hauptstromschalter. Nur noch. Wow, war das ein riesen Viech mit, äh, jungen Viechern drin, oder wie? Ach, hier wäre der Plan gewesen, wo diese... Schalter alle sind? Schalter alle sind? Naja, ich dachte, das wäre hier ein Rätsel. Naja, gut. Ich habe es doch so gefunden. Ich habe es doch so gefunden. Und wir speichern. Ähm, und jetzt? Jetzt? Liebes Spiel, zur U-Bahn-Station zurückkehren. Aber ich habe hier irgendwie offensichtlich noch nicht alles abgesucht hier. Okay, wir müssen da wieder in das Büro zurück. Aber hier sagt mir das Spiel, hier ist noch irgendwie... Ah, hier, genau. Jetzt habe ich ja einen Dietrich. Haha, jetzt kann ich ja hier mit dem Dietrich das öffnen und gucken. Ah, kriege ich Munition. Kann ich immer brauchen. So, jetzt schauen wir mal, ob ich hier jetzt alles abgesucht habe. Genau. Haben wir, dann geht's zurück in dieses Büro. Ich habe keine Ahnung. Wie immer, wo ich genau hin muss. Oh! Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Weil hier komme ich nicht mehr raus, oder? Kommt der mir nach? Oh. Oh, oh, oh. Oh. Ich wollte nicht hier hin. Ist er weg? Hier komme ich ja nicht mehr raus. Mist. Mist, Mist, Mist. Jetzt traue ich mich nicht mehr weiter. Jetzt traue ich mich nicht mehr da oben rein. Hier gibt's auch keinen anderen Ausgang, oder? Nee, ich muss da wieder raus. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Mal einen Blick da reinwerfen. Oh, mein Gott. Ist er weg? Oh, nein. Geh weg. Was mache ich denn jetzt? Hier echt blöd. Weiß jetzt gar nicht, wie ich hier rauskommen soll. Ich kann ihn höchstens hier irgendwie runterlocken und dann versuchen, an ihm vorbeizukommen. Aber der kommt mir hier nicht hinterher. Der weiß, was ich vorhabe. Hm. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich speicher mal. Ein paar Handgranaten können nicht schaden. Und ich glaube, ich tue das mal weg. Und das hier mal. Nee. Ich wollte das da rüber. Das ist irgendwie ein bisschen fummelig. Hier so. Und die. Wieso habe ich jetzt das Messer raus? So, und die Handgranaten. Schauen wir mal. Komm, wenn wir jetzt sterben, ist auch egal. Ah, ich komme da nicht vorbei, Mensch. Lass mich hier vorbei. Okay. Bin vorbei. Ich bin vorbei. So, und jetzt, ähm, schnell, schnell, schnell. Wohin auch immer. Oh, er ist weg. Ach, komm. Oh, ich... Oh, nein, 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 nein. Nicht zurückschauend. Lauf, 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 Mädel. Oh, mein Gott. Wieso komme ich jetzt hier nicht raus? Ach, das ist ja... So. Schwitz. Ähm. So viel Zeit muss sein. Erste-Hilfe-Spray. Stellt Gesundheit wieder her. Ähm. Wo muss ich denn jetzt wieder hin? Ich muss wieder... muss ich in das U-Bahn-Büro. Ähm. Da raus. Oh, ist das weit weg? Da finde ich ja wieder nie hin. Ähm. Okay. Laufen wir mal. Oh. Oh, nein, 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 nein. Ich bin eh schon krank. Oh, Gott. Oh, komm. Lauf, Mädel. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier richtig unterwegs bin. Wahrscheinlich nicht. Oh, das ist eine Sackgasse. Mist, 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 Mist. Das war eine Sackgasse. Geht mir aus dem Weg. Ich habe jetzt keine Zeit. Geht mir aus dem Weg. Ach. Ah, geh da rein. So. Carlos, ich bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Super. Jetzt musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Eine Route? Was bitte für eine Route? Okay, wo wollen wir hin? Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich kriege das schon hin. Fox Park. Also. Da muss ich erst die untere nehmen. Dann die... Oh je. Ähm, wo gibt man da was ein? Erst mal hier was gucken. Blind Munition. Sehr gut. Kann ich brauchen. So. Und wo gebe ich da jetzt bitte was ein? Bitte geben Sie eine Route ein. Ach hier. Ah, okay. Route. Von 1 bis... Was soll das heißen? Ähm... Ne, ich kann nur die untere nehmen, oder? 2 nach FA2. Was hat er gesagt? Von Redstone Street nach Fox Park. Ja, da... FA2, sagen wir mal. Dann haben wir hier... Central Station, ja. Central Station, ja. Central Station ist wahrscheinlich das hier. Und dann... St. Michaels Clock Tower. Market Street. Redstone. Mal gucken, wie das heißt, da unten. SA... SA... SA02. Von Redstone Street nach Fox Park. SA... 0... 0... 0... 0... 2... Und... SA... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... Jo mal... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... und ich würde jetzt gerne noch abspeichern gut ich glaube ich heile mich jetzt mal gesundheit komplett wieder hergestellt oder machen wir das doch mal kann nicht schaden so und wo komme ich jetzt zu einem speicher punkt keine ahnung der ist wahrscheinlich immer noch hinter mir hier oh gott oh gott es ist denn bitteschön das ekelig die haben ja alle so köpfe jetzt auf gut dann gehe ich hier erst mal wieder speichern und hier hole ich mir noch irgendwas was da schönes drin ist ich kann diesen donut laden jetzt bald schon nicht mehr sehen na gut leute ich speichere jetzt hier kurz mal ab und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder hier das wird ja immer ekeliger und immer widerlicher hier dann würde ich sagen bis zur nächsten folge macht's gut und ciao ciao